hallo meine leute und herzlich willkommen heute zum mittwoch abend ja was haben wir heute geschafft heute ist leider nicht allzu viel passiert muss ich alles schon dazu sagen ja was macht man jetzt das ist manchmal leider so die woche gut glaube ich allgemein nicht so viel passieren denn ja die bläden sind doch anders gekommen als sie kommen sollten aber es ist manchmal leider so ich schreibe einfach mal hin wir haben bis jetzt leider nur 2727 kilokalorien und davon auch nur 799 kilokalorien verbraucht in aktivität und es sind auch nur 10.035 schritte ja sport habe ich heute auch nicht gemacht das will ich dann morgen machen oder freitag wieder mit weitermachen haben wir doch in der zahle die woche ja ist jetzt auch schon zu spät ich bin etwas heim gekommen ich habe mir noch eine große runde gemacht ja aber das muss ich jetzt auch nicht mehr ja es ist einfach so ich habe auch kein kein nervgrad dafür wenn wir machen was morgen früh oder freitag hat mit weiter dann ist das so ich habe jetzt war auch zweimal gemacht manchmal ist es halt wie es ist man ja wir werden es sehen aber wir bleiben auf jeden fall noch dran dann meine freunde bis gleich hallo meine leute und herzlich willkommen zum zum tag jetzt habe ich das ist noch nicht los zum donnerstag abend ja was haben wir geschafft das zeige ich euch genau jetzt wir haben verbraucht 3.207 kilokalorien bis jetzt insgesamt davon 1.347 aktivität und wir haben 10.242 schritte verbraucht und auch die zehn etage nicht geschafft die habe ich gerade noch mal schnell gemacht weil ich drauf geguckt habe es fehlten vier also bin ich noch mal hoch ja ansonsten muss ich sagen schritte ich saß eigentlich heute erst mal gar nicht so gut aus denn ich hatte vor nur was bei 2000 weil mit luna große runden laufen bei den sturm macht die nicht mit bei den sturm draußen die runden laufen nicht sonst mal laufen macht auch keinen sinn und ich habe mir gedacht mehr wenn ich auf meinen fitnessgerät gehe jetzt werden schritte nicht aber ich habe eine gute lösung gefunden das werde ich glaube jetzt das machen ich habe etwas ausgebundelt was schon lange in der versenkung gelandet ich habe es auch damals für die die gab bezahlt auch noch für die ps3 da irgendwann mal gekauft ich habe das für die ps3 auch gespielt nämlich zum war macht richtig spaß mein körper kommen schritte dazu ich werde es glaube ich jetzt wieder öfter spielen richtig geil richtig geil das ist ein geiles spiel und ich habe noch andere sportspiele ich glaube ich werde wieder langsam wieder anfangen zu spielen denn auch das macht spaß ich war schon durch geschwitzt extrem durch geschwitzt ja war schon geil war schon geil können wir öfters machen so kraft trainingstechnik habe ich heute nicht gemacht ich mache das dann wieder morgen und ich denke auch zweimal die woche reicht vollkommen aus das heißt ich werde die tage mal endlich am montag mittwoch freitag sondern ich werde es auch dienstag und freitag gehen denke ich meine personen rhythmus haben ja ich denke zweimal ist schon gut wenn ich dann wieder irgendwann der meinung bin ich schaffe mehr dann mache ich auch wieder mehr alle drei tage also drei tage die woche wieder jetzt mal zwei tage die woche ja das glaube ich am besten verzeiht denn ich habe zurzeit auch ein bisschen um die ohren ja so meine freunde das war es dann auch für heute das war es auch von diesem video heute dann sage ich vielen dank fürs reinschauen wie immer gilt daumen spreche ich mich gleich zu lassen ab und aktiviert die glocke teils mit euren freunden dann sage ich halt hin bis dann haltet die ohren steif auf wiedersehen